der neue Folge von Minecraft ein Tor wir sind diesmal nur zu zweit denn Dennis ist da und ich bin da Tim hat leider keine Zeit der muss andere Sachen aufnehmen deswegen haben wir uns mal gedacht nehmen wir mal beider alleine auf Dennis will neues Haus bauen wie ihr seht mal wieder genau andere sehen auch nicht sehr gut aus sag ich mal ach deine Meinung der ist ja der fand das ganz cool ich mach mit ja erstmal hier Erde und dann hier auch hinten ja ja ich kann ja mal das ganze Grundstück außen jetzt boah so das hauen's mal gelaufen ja Aua die ganze Zeit geschlagen ey sooo ja du kannst da schon mal warte mal ich kann dir mal Ziegel mit ja schon mal außen rum Ziegel machen oder ok ok ja normales Haus jetzt hopp 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 oh fuck fuck ich bin grad runter gefallen hab mir erschrocken boah hopp 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 ja nach dem Haus wollten wir vielleicht auch nochmal auf Kühe suche gehen wir haben ja nur Schweine und Schweine und Hühner aber was ich aber auch keine Ahnung jetzt das ist ja auch nicht hast du schon 64 verbraucht? ja alter scheiß he 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 ja mal gucken oder warte mal kannst du das so an verschiedenen Ebenen machen? ja mal ich mach was du willst sag's nur ja mal gucken so Räume trennen weißt du aah wie so ein Raum ist macht aber irgendwie Sinn, ne? hier an der Treppe hochgehen und wenn man hier automatisch erstmal wenn man hier reingeht erstmal hier reinfällt oah ja okay das ist ein bisschen kacke der sollte mal Abstand machen ja bitte außen ist der Raum verschenkt ja genau schon bis dahin kann denn noch einen Blumentopf finden oder was? keine Ahnung hier kommt denn eine Treppe hin so das ist irgendwas weiß ich sei das jetzt alles aus Stein hier keine Ahnung sag du es mir mach mal nur außen hier mit Stein außen ecken 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 und die Decke okay warte mal so hoch oder? ok da bist du oben da noch Steine Raum da musstest du glaub ich auch nochmal Steine holen oder ich hol Steine 3 hoch ne? genau ja ne kannst du auch einen höher glaub ich 1 2 3 4 ja das ist nicht so klein ja das ist nicht so klein noch Fenster rein 1 2 3 dann E holz hin da ist ne Treppe auch holz hin hier ein Fenster 1 2 3 2 4 4 Platsch dann ist hier ein Fenster da ein Fenster auch wenn es auf jeden Fall nochmal Ziegelsteine holen ne? ich hab jetzt noch 48 48 40 40 da fällt mir hier runter und wo jetzt noch welche hin? Kannste hier oben schon mal so ne Decke ziehen ne? auch außen ja hier anfangen und den da längs rüber oder? weißt du was ich meine ne? das kann noch whoa So. So. Einmal komplett 64 Stück. 62. Eine Mutter noch mehr. Dann holen wir gerade noch ein paar. Ja. Nein. Ja. Baby! Komm mal her. Warte mal, ich muss kurz den Hund rufen. Ja, ich müte mich kurz als Bulli hier rein. Ja. So. Da ist er wieder. Ja. Ja. So muss man aufpassen. Beide Elf und Dahle zur Nachtschicht. Ja, klasse. Das komplette Dach wird Ziegelstein? Ja, da habe ich so, die roten habe ich dabei. Aber das reicht nicht. Wollte einen kleinen Turm, wollte ich haben. Nein, ich dachte, ich meinte so die mittlere Etage, wenn ich jetzt gerade. Als Boden, ne? Ja. Ja. Können wir ihn ja machen, oder? Ja. Ja. Oh. Hast du wieviel hast du denn jetzt geholt? Vier, sechs. Halt. Kann ich euch hier Sandsteine als Treppe nehmen, ne? Sieht ganz gut aus. Ich hab dir gerade zugespampt auf Steam von Lukas. Einfach mal. Oder du lässt es einfach, weil du nimmst ja gerade auf. Ja, mach ich euch. Ignorier es. Ne. So. Bin ich schon eins so hoch? Ja. So. Was, was, was? Wollen wir mal? Tja. Das hier noch absondern, ne? So. Ey. Wollen wir mal? Was denn? Was denn? Was denn? Was wolltest du? Ich wollte da lang gehen. Ach so. Was denn? Was denn? Ich wollte da lang gehen? Ach so. Wollen wir. Letze rein Gut, ich denke, die werden nicht reich Ihr Stacks? Ja Boah Oh, schauen wir mal, ja doch, 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 da reich Ja? Ja 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 Wurde zwar knapp aber ja Mit der Perfekt, ne ist es noch nicht perfekt Die Steine hast du noch? 1,5 Sticks Also 94 Steine Ja Hier brauchst du noch mal Ziegelsteine, äh Quatsch, deine Sandstein-Trippe Ja, Donner? Ja Licht ins Dunkel Genau Licht ist ganz wichtig So, ey Ich stört gar nicht, warum wir uns immer noch was bauen Dann sag mal an, wie soll es weitergehen? Ich weiß das nicht, ob ich eine zweite Etage brauche Ja, der Optikweg Jetzt ein Dach raufmachen, weißt du, ne? Ja, der Optikweg, ja So einen kleinen Turm, oder? Kann ich auch hier bauen, ne? Wenn ich hier so einen Turm habe, dass so ein kleiner Wasserfall herunterläuft Das geht nicht Kann ich den hier machen, im Treppenhaus? Kann ich den hier machen, im Treppenhaus? Kann ich den hier machen, im Treppenhaus? So machen, ne? Was denn, was denn, 14? Dass man hier so einen Turm macht Im Treppenhaus Du hast keine Ziegelsteine mehr, leider Ja Ich brauche hier mal ein paar Ja, danke Warte mal eins, zwei Out Yo Du musst dir da unteren Etagen einen kleinen Kamin machen Machen, ne? Dann kannst du da so einen kleinen Schornstein hoch machen Ja Da kann man ja auch nicht schon mit den Treppen anfangen, ne? Landsteintreppen Von wo aus? Was ist jetzt aus? Wie jetzt halt? Hier Von da aus? Ich überleg gerade, ja Okay Hi Der soll dann nur von Hä? Ne, das geht aber nicht Das geht doch gar nicht Das geht doch gar nicht Ne Och, alter Lukas Ist die im Offline Hehehe Mein Gott Aua Aber ich müsste auch gar keinen Ich könnte ja auch ein gerades Dach machen Die Ohren aus dem Balkon oder hier oder sowas, ne? Ja Joa Nur noch mal auf dem Balkon Nur ein Halbdach Ja Kannst du das auch machen Dass du vielleicht das Dach von hier aus bis hier machst Und dann hier vorne so einen schönen Balkon Mit Sitzgelegenheit Dann kannst du, kann man ja hier ein schräges Dach machen Hier kann man dann rausgehen, ne? Genau, stimmt Wunderbar Ich geb dir auch mal schnell einen Linkstrepp Kleine Treppen Aber wie weit willst du das haben? Drei Stück Wahnsinn Ach ne Vier, ne? Och, scheiße Ich hätte schon ruhig bis Bis zur Mitte, ne? Ja Balkon Eins, zwei, drei, vier Bis hier ungefähr vielleicht hätte ich gemacht Vielleicht einen noch Ab hier wählen acht Ja 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 Machen wir so Dass du da hinbauen kannst Könnte man hier oben Willst du, dass das Ding komplett gerade bis dahinten hochgezogen wird? Oder soll es nur bis zur Hälfte und dann zur Hälfte wieder runter? Dass es hier auch wieder losgeht? Ne, ich... Dass das so gerade durchgezogen wird Okay Genau bis hier geht Passt du noch welche? Ja Ja Ja, ich kann das dann schnell treppen Ja, schön Dann schmeiß man sofort, weil ich hin Oder du hilfst mir einfach Oder dass du das... Oder, ja Warte mal, wenn das... Höre jetzt nur bis hier, oder? Bis hier, wo du grad baust, oder? Wie ich dachte? Das habe ich erst mal provisorisch gemacht Ja, ja Ja Und ab da gerade durch, oder? Kann man das machen? Wie du möchtest Das macht der Ich hab echt überlegt, ob man das nach oben sozusagen komplett durchzieht Und dann vielleicht auf die Seite, wo der Thomas so eine Glasfront macht, zum Beispiel Ab hier, ab der Höhe, ne? Sieht so komisch aus Ja, das kommt ja eh weg Ja Weil das würde jetzt auch... Weil das würde jetzt auch komisch aussehen, wenn man das bis hier jetzt so halb macht Dann hätte sie von hier aus so gerade durchzieht Das würde auch komisch aussehen Ja, das würde dann nur bis hier gehen, ne? So ein Gang und da der Balkon Ja Hast du noch Sandsteintreppen? Achso! Du willst sozusagen bis hier sozusagen durchziehen Und hier lässt du so frei Ja Okay Wenn das so... Aber es ist glaube ich schon zu hoch, oder? Nö, das ist... Ah, das ist in Ordnung Nein, ist doch nicht, oder? Wie sieht so komisch aus da Die Frage ist... Muss ich den noch einmal hochsetzen? Dann brauchen wir noch einmal Sandstein, ne? Oder soll der Glas hin? Ö Oder doch Ne oder nö 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 Beanstand dabei Ja Wahnsinn So, jetzt ist er alle Hast du ein bisschen sand? Zufällig dabei? Ne, ich kann doch mal machen So Was machst du? Doch, überall Glas Okay Ich kann mir noch raus Okay Warte mal, ich muss mal kurz was überlegen Kannst du mal Sand und Sandsteintreppen mitbringen? Ja Ja, Tügesteine auch, habe ich auch nicht mehr Ja Tügesteinchen Oh nee Reicht nicht Wollte ich hier grad hochwerfen Achso 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 Dankeschön Geht doch Achso Ich hab sie noch Sandsteintreppen dahinter nicht Ja Ja Und Doch die Zeit Keine Ahnung Weiß es auch nicht Du hast nicht gestoppt Nö Bei Schnauze Genau Bis das Haus fertig ist Ich wollt mal sagen, machen wir jetzt einen Cut Und machen danach Dann zieh gleich weiter Weiß es gar nicht, wie lange wir jetzt gemacht haben Ist egal Ja, okay Ist egal Onde ich irre mich grad gewaltig Aber egal Egal Ich mach es jetzt einfach so Ich entscheide jetzt Und Ja Machen wir so Dann would ich mal sagen Sehen wir uns sofort wieder Wir machen kurz a Future Bis gleich TschüüüüüüüB